Herzlich Willkommen zu diesem Video Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ihr seht schon, wir sind heute in einem Rematch und zwar, ho 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 meine Freunde. Wir haben gestern in dem Video von Jan Philipp ein Video gedreht, Santa vs. Sumoringer. Da war ich in seinem Video der Santa und er war der Sumoringer. Wie es Ausgang ist, der gewonnen hat, müsst ihr auf jeden Fall bei seinem Video anschauen. Heute machen wir es so, dass wir einfach mal die Kostüme getauscht haben und wir machen heute ein richtig krasses Game of Picks. Das heißt, Janni, ich bin auf jeden Fall bereit, voll geblasen mit diesem Zeug hier. Gut, Janni, 4 Sterne Papier bis weg. 4, 3, 4! Oh, 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 ich hab gewonnen, du hast gewonnen. Wie eigentlich hast du immer, aber ich glaube in deinem Video hab ich sogar verloren, ne? Ah, das müssen ich selber. Ich weiß es gar nicht. Ihr müsst das einfach mal selber nach. Ganz genau, gut, also ich darf anfangen und ich bin sehr gespannt, was ich damit machen kann. Vor allem mit diesem ganzen Sumoringer-Outfit, das ist echt komisch, aber ich krieg schon irgendwas hin. Ich versuch mal einen coolen Trick und zwar einen Kick bis über die Resi-Box zu kümmern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Digger, sehr neig. Der war nicht richtig über die Box, aber zählt er? Ja, auf jeden Fall. Gut, Janni, du bist dran. Ich bin sehr gespannt, wie du mit dem Outfit klarkommen wirst, aber glaub mir, es wird sehr Horror. Oh, er sieht schon gut aus. Oh, 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 oh. Ich mach gleich mal einen Free-60 über die Box, wenn er jetzt vorgelegt hat und ich hoffe, er wird es merken, wie schlimm es mit diesem Outfit dann ist. Oh, Janni, sehr neig gemacht, Digger. Oh, das war heftig, der ist mir gleich ein verschreckter Bart gerutscht. Ich werde jetzt einfach mal über die Box einen Ankickliss machen. Was? Nur einen Ankickliss. Oh mein Gott, das wird sehr eklig. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage bin, mit diesem Outfit das zu machen, aber Ankickliss, du schaffst das irgendwie. Boah, ich hoffe. Okay, das wird echt verdammt schwer sein für mich, aber ich kriege das irgendwie hin. Ja, der war sehr clean. Danke, Mann. Senta, ich bin jetzt dran, du darfst es. Ja, Mann, ich wünsche dir sehr viel Glück und meine Rentiere werden dich auch unterstützen dabei. Andi, wir haben das ja irgendwie so ausgemacht, dass wir auch in deinem Video zwei Trice hatten, ne? Ja, genau, immer zwei Trice. Sehr gut, dann mache ich jetzt doch mal. Ahaha, ey, das sieht so witzig aus. Aber einfach nur wenig, verstehe nicht warum, tut kein Problem damit, hat es. Beim Runterbrüchen, es wirkt ein richtig immer so nach hinten, Mann. Ja, also, ich weiß nicht, bei mir war das irgendwie nicht so toll. Ja, bei mir extrem, ich weiß nicht warum, aber Janni, jetzt wirst du heulen, jetzt wirst du den wahren Grund von diesem Outfit auf jeden Fall erfahren. Oh nein. Ich mache ein 360-Woddy-Box. Oh nein, ich wusste nicht. Du hast sterben. Das sieht glatt die Mütze da vorne gerutscht. Ein bisschen schuld, aber Janni. Bin sehr gespannt, wie du das meistern wirst, aber versuch wirklich über die Box zu machen, weil dann wirst du erst recht checken, wie schlimm das ist. Okay, ich mache. Damit ihr Bescheid wissen überhaupt, was überhaupt hier abgeht wird, er hat so einen Mantel so um den Schulter und das wird halt wirklich bis nach oben in sein Gesicht gehen und er wird nichts bei der Landung sehen können. Und das ist genau dieses Teil hier. Hä, was ist das? Ich habe nichts gesehen, ich bin blind weitergefahren. Alter, heftig. Das ist echt gruselig, Mann. Boah, ja, und der Bart, der ist mir einfach komplett all den Mund. Ich glaube, ich mache bei dieser neuen Rail-Konstruktion, die wir da gerade auch spontan aufgebaut haben, einfach mal so einen, ja, so einen Tab. Einfach so einen Tail-Aid, weißt du? Ja, okay. Die machen wir einfach vor, ich gucke dann schon, wie es aussieht. Ich bin euch ehrlich, das wird so ein richtig sketchy Ding sein, weil ich einfach nichts sehen werde, weil ich mein Bauch ist so fett. Aber auf den ersten Teil war das sehr gut, Digga. Junge, danke schön, ey, das wird auf jeden Fall witzig, wenn du den gleich machst. So, ich bin bereit, ich habe meine Roller geholt. Tail-Aid da drauf. Digga, ich werde doch nichts sehen, ich sehe dich mal an meinen eigenen Lenker. Guck mal, wenn man das jetzt so aus der Perspektive... Man sieht es einfach nicht. Ja, man sieht halt einfach gar nichts. Nice. Ich werde es schon irgendwie versuchen und ich werde es auch irgendwie schaffen, weil ich will auf jeden Fall ja nie gleich den ersten Buchstaben geben, also komm, ich mache den jetzt schnell. So, weil wir jetzt gerade hier dran sind, mache ich einen Lip-Slide dran. Das heißt, kein Grind, sondern halt ein Sol, also ein Desaster sozusagen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen 180, lande ich so und dann gehe ich wieder in die Quarter rein. Schau einfach mal zu. Okay, das ist sehr ekelhaft. Oh, ich hoffe auf jeden Fall, dass du nichts schaffst. Oh, wie das aussieht. Der ist einfach ein Kartoffelsack. Der war wirklich sehr witzig. Der Sprung auch am Ende. Gut, Jani, ich hoffe, ich habe dir jetzt einen Buchstaben gegeben, aber mache ich es erst mal nach. Yo, ey, er sieht wirklich so geil aus mit diesem Mantel, es sieht so schön aus. Digga, sehr nice. Krass, Alter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehrere Stolz hier gemacht. Ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir mal von dieser Section auf jeden Fall weg. Zu dem Step-Up, da mache ich jetzt einen Triple-Terrib hoch. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob du den schaffst. Jawoll. Boah, es sieht sehr nice aus. Boah, Santa ist auf jeden Fall gerade richtig on fire. Jetzt bin ich mal gespannt, was du machst. Oh. Boah, ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nur auf gut Glück, irgendwie jetzt versucht zu landen. Ja, das ist wirklich richtig krass bei der Abzug, aber ey, der war sehr clean. Gut, Jani, ich versuche mein Handplant. An der Wall? An der Wall hin. Wie sieht das denn aus? Weiß ich nicht, aber es wird bestimmt geil aussehen. Okay, komm, wir machen den. Wer kommt da an? Ich frage mich wirklich, ob er den schafft. Das geht nicht, das geht nicht. Das kannst du wirklich damit durchziehen. Das ist wirklich möglich. Ich habe jetzt hier auch den Weihnachtsroller. Wir haben das total vergessen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war einfach gar nicht der richtige Center. Es war ein Fake-Center. Aber jetzt bin ich der richtige, weil ich den Fake nämlich ausgelöscht habe. Ja, machen wir mal einen Ziel-Rewind von 80. Oh mein Gott, wie Spaß. Boah, der wird sehr ekelhaft. Ah, ah, ah. War der oder nicht? Der war leider nicht mein Wüst-Up-Coach. Nee, leider nicht. Jetzt ist Grip-Tape, ne? Der Teppich, ja, der rutscht einfach heftig. Ah, kickless late-Whip über die Box. Boah, heftig. Ich gebe mein Bestes. Es wäre wirklich viel schwerer, als ich dachte mit diesem Roller, beziehungsweise mit dem Anzug. Janni, du bist wieder dran. Ich mache jetzt einen 360-Tay-Roop hier mit meinem Christmas-Scooter. Ey, das Ding ist, ich bin ja schon weitergefahren und dann war auf einmal so, da kann halt keiner weiterfahren. Also ich als Kumoringer versuche noch mal einen 360-Tay-Roop auch noch mal. Mal gucken, ob das wird, weil wenn ich ihn schaffe, dann habe ich eigentlich viele Chancen. Boah, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass du ihn einfach wirklich verkacken wirst. Gut, Janni, du bist dran. Oh mein Gott. Es hat sich Glück, dass ich ein bisschen was gesehen habe. Ich mache jetzt einfach mal einen Kick-This-Flat. Oh mein Gott. Janni, nein, äh, nichts. Bist du noch ein Trick, Leute? Hä? Okay. Ich komme nicht mal richtig, die Knie. Das Ding ist, wenn ich die Knie gehe, ich kriege das ganze Ding ins Gesicht. Ich habe aber noch einen. Es geht nicht, du hast keine Chance. Es ist gut, ich habe einen ersten Buchstaben. Aber Janni, jetzt muss ich dir auch einen Buchstaben geben. Ich versuche noch mal einen Kick-This-Late-Whip-Box. Gut, viel Spaß am Nachmachen, ey. Das war echt ein Akt gerade. Es ist immer ins Gesicht. Es ist so widerlich. Erster Buchstaben, richtig sehr gut, Mann. Mann, ey, einfach mal. Gib ich mir Faust. Ich werde mich jetzt mal ranwagen. Ich hoffe, ich halte dabei was sehe. Aber ich mache jetzt einfach mal einen Pass-Bin-Forn-Flip. Ich hoffe auch, dass das Gunther mitmacht. Boah, das ist sehr ekelhaft. Das ist sehr ekelhaft. Egal, ich versuche es einfach. Okay, Leute. Ich sage euch jetzt schon mal, mit dem Ding kann man gar nichts machen. Ja, ich nehme einen Buchstaben. Der war richtig gut, Mann. Ernsthaft? Der war richtig nice. Jürgen, danke, Mann. So, ich mache jetzt mal einen Grind-Trick. Und zwar hier ein Oppo-Piebel dran. Und dann ein Free-Six-Deal in die Bank rein. Mal gucken, ob das was wird. Wie konnte ich den schaffen? Ich habe mich zweimal fast gepackt beim Piebel-Grind. Ja, ich habe keine Ahnung. Weißt du, was das Schlimme ist? Was? Für Six-Deal kriege ich wieder alles ins Gesicht. Perfekt, gut, mach ich nach. Oh, mein Gott. Ich habe vergessen, zu sagen, dass du unten noch Kabelbinder hast. Ja, toll. Oh nein, da schnitten. Hier sind überall Kabelbinder. Das rutscht gar nicht. Ich kann die gar nicht machen. Oh, nein. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass er nicht sieht. Ja, ich hätte ihn stehen können. Aber ich habe halt... Denk, warum gebe ich eigentlich meine Faust, wenn ich hier nicht stehe? Weiß nicht, aber es steht jetzt PI zu PI. Oh nein, jetzt wird es richtig spannend. Es steht PI zu PI. Das heißt, es geht jetzt um alles. Ich werde jetzt einen Assi-Trick machen. Wirklich, da kenne ich keine Freunde. Ich will das Ding nach Hause bringen. Damit ich endlich meinen Rentieren wieder Essen geben kann. Rewind, Double Heel, Rewind. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Dazu kommt natürlich auch noch das Nicht-For-The-Grip-Tape. Das ist sehr, sehr rutschig. Darf man nicht vergessen. Wirklich, wenn ich da abrutsche, wäre ich sehr sauer. Oh mein Gott. Ich hatte gerade so Glück, dass du den verkackst war. Junge, das war wirklich ein ganz knappes Ding. Warum? Weiß nicht, weil ich feier's, dass du verkackst war. Ähm, Mann. Mein Try, den ich machen möchte, ist ein 360 Kickless. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, deswegen... 360 Kickless hoffentlich geht. Oh no. Das geht hier, aber ja nicht. Vielleicht schaffst du nicht. Ich hoffe es. Ich habe dann da hier komplett alles in die Gesicht hingegen. Oh, ich habe es vergessen. Sehr gut. Oh, erst mal zwei. Oh, mein Gott. Ich zähle nicht. Das ist gut. Okay, letzter Try. Oh, das ist so reingeschissen, Janni. Ich will weiterfahren, aber es ist halt so. Leute, ich würde sagen, das war's für die Video. Wenn ich mir gefallen habe, lasst gerne ein Like da. Ich habe endlich gewonnen. Tau, das ist noch ein Gehentag. Tau, das ist noch ein Gehentag.